hmmm Ja Orgel in Shiny ist geil Das ist echt mal komplett anders so So sollte eigentlich jedes Shiny sein Yoshi Yoshi Moin 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 Die Pädobären rennen mir hinterher Leute Was ist da los Der Curryvogel PORK Schon wieder Shiny NEIN ALTER Alter, die kommen ja immer früher jeden Tag. Daily, shiny in der Haus, Leute. 34 Eier. Ich habe es gerade so hinbekommen, dass das Wesen passt. Vor 9 Eiern habe ich gerade mal das richtige Wesen bekommen. Jucke, ich kann nicht mehr. Mir fällt schon nichts mehr ein dazu. Das gibt es doch nicht. Was ist denn hier los, Leute? Shiny Hype, aber sowas von WTF. Die hassen mich alle. Die Leute, die werden mich alle haten. Ich sage es euch. Holy fuck. 34 Eier, das kannst du auch hier mal erzählen. Prost, ich muss los. Ich habe gestern Abend erst einen shiny bekommen. Nach 88 Eiern. Jetzt ist das nächste. Ich muss einfach nur los. Ja. Ich kann nicht mehr. Junge, Junge. GG. Danke. Alter. Was ist hier los? Das ist schon hart. So, Wesen still. Ja. Ja. Passt. Ehre. So, es hat, es hat, es hat, es hat, es hat. Ja. Es hat gerade mal 3 TV, weil es, ich habe gerade erst angefangen damit. Ich habe wieder einen shiny. Der Curry Vogel ist in der Haus, Leute. Sprich, ich muss den auch wieder auf 100 ballern. Ja, man kennt ihn, man kennt ihn. Ich muss erst mal den Hund von gestern fertig machen. Der Blacktro. Der, oh Gott, ey, ich komme nicht hinterher. Der, oh Gott, ey, ich komme nicht hinterher.